Also am Vormittag tue ich immer bügeln. Die meisten Sachen sind von der Mama. Aber ich mache das so gut, dass jetzt auch aus dem ganzen Haus bringen wir mir die Leute schon die Wäsche. Und der Bundeskanzler hat ja gesagt, man soll helfen den Nachbarn, also helfe ich jetzt ur. Man bekommt so viel zurück. Morgen ist das fertig, ok? Servus, ok, ja. Die Menschen sind so dankbar, auch. Magst du dann vielleicht danach ein bisschen online zocken? Steffert sicher nicht. Ok, cool, ja. Ciao. Ja, super. Also am Nachmittag putze ich immer meine Schuhe. Also auch die Schuhe von der Mama natürlich. Und jetzt haben wir halt auch Nachbarn gefragt, jetzt mache ich auch die von den Nachbarn. Aber die haben so nett gefragt. Servus. Bis morgen sind die fertig. Ok. Da kann man echt nicht nein sagen, eigentlich. Und polieren tust man nicht vergessen, gell? Ok. Ja, und wenn ich Glück habe, darf ich am Abend auch noch abwaschen. Also alles in allem ist schon noch super bei der Mama. Ja. 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 Ja.